Es ist noch kein Ungelung, sich selbst zu entkommen, doch naiv wie man ist, angekommen. Man kann erwachsen werden und dabei unschuldig bleiben oder irgendwas bedeuten, die Flagge zu zeigen wollen, wie irgendwo und irgendwann braucht man dann. Musik 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 Und man um seine Welt manchmal auch schön geht. Vielen Dank.